Herzlich Willkommen zur heutigen Tagesenergie mit Medium, Intuitivheilerin und Seelenschamanin Britta C. Lambert. Bitte höre dir diese Botschaft bis zum Schluss an, hier bekommst du weitere Hinweise von mir. Fühle dich nun motiviert und inspiriert, dein volles Potenzial zu entfalten und tauche nun hinein in die Energie des Tages. Namaste zu unserem Tagesimpuls vom 19. November. Die Tagesenergie für heute sind Mesonadi als erstes Siegel, das sich zeigt. Als zweites Siegel haben wir Solaya und die dritte Energie des Tages ist Ayuna. Wow, wunderbar. Ja, es ist so schön. Es ist so oft der Fall, dass Solaya und Ayuna zusammen auftauchen. Und hier geht es wirklich um Frieden in menschlicher Form und Frieden in kosmischer Form, in seiner höchsten Form. Das ist wirklich wunderschön. Ja, und heute geht es wirklich darum, dieses Friedensfeld einmal mehr zu bereiten in uns und für das große Ganze. Und wir haben auf erster Position wieder Mesonadi. Mesonadi, das uns einfach hilft, in diese tiefe Ruhe durch Transformation zu gelangen. Mesonadi bringt jeden Schatten in dicht. Und da, wo Sturm ist, macht Mesonadi Ruhe. Und das ist so wunderbar, weil Mesonadi hilft uns einfach, dieses ewige Schnattern und diese vielen Gedanken, die uns nicht abschalten lassen, die uns ein Stück weit auch abhalten von der Kommunikation mit unserer inneren Stimme, mit der Quelle in uns wirklich zum Schweigen zu bringen und wirklich ganz tief einzutauchen in die Weisheit unserer Seele, in die göttliche Verbindung, die wir in uns tragen. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ein Klient von mir, der Unternehmer war mit vielen, vielen Mitarbeitern und mega gestresst, der hat sich zur Übung gemacht, dass er jeden Abend, wenn er nach Hause gekommen ist, so lange Mesonadi gechantet hat, bis sein Kopf leer war. Am Anfang hat es irgendwie manchmal eine Dreiviertelstunde gedauert und am Schluss war es dann nach fünf Minuten für ihn ist einfach Stille und Ruhe eingekehrt. Und dann, das ist wirklich diese Befreiung, die uns Mesonadi schenkt. Und es geht nicht nur um unsere Gedanken, sondern es geht darum, alles aufzulösen, was uns davon abhält, Licht und Frieden zu sein. Und das weiß jeder Einzelne für sich, was es für ihn bedeutet, vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber Mesonadi hilft uns dabei, das zu ergründen und vor allem es zu wandeln. Und es gilt natürlich nicht nur für den Einzelnen, für das Kollektiv, für den gesamten Kosmos. Da, wo Verwirrtheit ist, darf Klarheit Einzug halten. Da, wo Angst ist, darf wirklich Liebe und Güte und Vertrauen Einzug halten. Da, wo Durcheinander ist, darf Klarheit entstehen. Das ist das, was uns Mesonadi schenkt. Und diese Kraft tragen wir in uns, ich sage es nochmal, der November und sein 1111-Tor, das wir vor kurzem einfach jetzt geschenkt bekommen haben, erinnert uns daran, dass wir einen DNA-Code, einen Code in unserer DNA besitzen, der diese Fähigkeit in sich trägt. Und Mesonadi weckt ihn quasi wieder auf und stärkt ihn noch einmal mehr, dass dieses Licht wirklich vollumfänglich in unsere Zellen kommen kann. Und wir uns einfach daran erinnern, dass wir diese Kraft, das Schöne zu manifestieren, unsere Wünsche zur Realität werden zu lassen, dass wir diese Kraft in uns haben. Und dazu muss halt erstmal der Schatten natürlich in Licht verwandelt werden. Ja, und Solaya hilft uns einmal mehr, als man in Frieden wirklich mit uns selbst und mit dem zu kommen, was in unserer äußeren Welt ist. Ja, was immer das für dich bedeutet. Mesonadi hatten wir ja vor ein paar Tagen auch ganz intensiv beleuchtet, dass Mesonadi wirklich alles aus uns herausnimmt, was wir nicht sind. Ja, Energieräuber, Fremdenergien und das tut Solaya auch, Entschuldigung, Solaya meinte ich. Aber ich möchte jetzt heute mehr auf den Aspekt des Friedens gehen durch einen hochentwickelten Solaplexus, der einfach rein ist. Wenn ein Solaplexus in seiner niedrigsten Form schwingt, dann geht es um Macht, dann geht es um Kontrolle, um Manipulation. Und das kann bedeuten, dass Menschen dann mit einem sehr niedrig schwingenden Solaplexus sehr machthungrig sind und kontrollsüchtig oder im umgekehrten Fall, dass Menschen sich eben sehr leicht manipulieren und dominieren und eben fremdsteuern lassen. Und da können natürlich dann Besetzungen ins Feld. Und das ist einfach das, was Solaya, ich sage immer Mesonadi, aber das in Kombination in uns eben auflöst, damit wir vollumfänglich in unsere friedvolle Schöpferkraft treten können. Dass wir wirklich in Frieden erschaffen, weil wenn wir wissen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir gehen, dann sind wir nicht im Mangel. Dann müssen wir um nichts mehr kämpfen, weil wir wissen, dass alles da ist. Und auch das, was wir jetzt im Moment nicht sehen, was im Moment für uns nicht greifbar ist und was wir sehen, ist womöglich nicht so schön oder ist ganz bestimmt nicht so schön in vielerlei Hinsicht. Aber dennoch wissen wir, wohin wir steuern und wohin wir gehen. Und Frieden ist in jeder Sekunde deines Seins möglich. Der Friede mit dir. Und schau einfach mal, wie sehr bist du mit dir selbst im Frieden. Schau in deinem Umfeld, wenn da Krach und so weiter ist, dann bist du mit Sicherheit auch nicht im Frieden mit dir. Und wenn du im Frieden mit dir bist und sobald du aus deiner Einheit heraustrittst und in deiner äußeren Welt ist kein Frieden mehr in deiner Familie oder in deinem Arbeitsplatz, dann geh einfach ganz bewusst in diese Ich-Bin-Haltung, Ich-Bin-Frieden. Ja, und gestalte deinen Tag, beginne deinen Tag in diesem Bewusstsein, Ich-Bin-Frieden. Und dann verankere und erde Friedenssäulen da, wo du bist, damit auch dort der Friede Einzug halten kann. Das ist unsere Aufgabe. Wir fangen im Kleinen an, der Friede in uns, da wo wir in Unfrieden sind mit irgendetwas, mit einem Menschen, mit einem Zustand, in dem wir uns befinden, den wir verändert haben möchten. Den können wir mit Mesonadi wandeln und mit der Kraft von Solaya unser Feld wieder öffnen für die Friedenssonne, sage ich jetzt einfach mal. Ja, und Ayuna hilft uns dann wirklich, den Frieden mit allem, was ist, zu finden. Den Frieden mit der gesamten äußeren Welt, den Frieden mit dem gesamten Kosmos. Und wenn du Frieden mit dem gesamten Kosmos schließt, dann ist Frieden im gesamten Kosmos. Ja, und wir haben immer die Wahl. Wir können uns jetzt natürlich darüber aufregen, ja, über irgendwelche Regeln und was wir alles tun müssen. Oder wir können es in Freiheit einfach tun und in dem Bewusstsein, wer wir sind, dass wir einfach ein Spiel mitspielen und dass wir unsere Felder des Friedens und der Freiheit erzeugen. Und manche Menschen investieren einfach Zeit in das Kämpfen. Auch das ist in Ordnung. Für Frieden braucht es manchmal vorher Kampf. Aber jeder darf für sich einfach seinen Platz in dieser ganzen Neugestaltung dieser neuen Zeit einfach finden. Und auch ein Kampf kann friedvoll ausgetragen werden. Man kann alles in Frieden tun. Und wenn du in Frieden mit dir selbst bist in deiner kleinen Welt und diese Friedenssäule, die du bist, in der Welt erdest, dann werden immer mehr Friedenssäulen geerdet werden. Es ist dann auch wieder eine Kettenreaktion der Friedenssäulen, die andere befähigt und ermächtigt, wirklich ihren Frieden auch zu platzieren und zu leben. Und allein der Satz, ich bin Frieden, wenn du dich dafür entscheidest, dann bist du vielleicht aus dem Frieden draußen, weil in deinem Umfeld wieder Chaos ist. Dann sagst du, ich bin Frieden. Die, die ich bin, bin ich nicht mehr. Die, die ich war, bin ich nicht mehr. Die, die ich bin, werde ich sein. Dieses Mantra haben wir auch sehr oft in den letzten Tagesimpulsen immer wieder gehört. Das ist mir momentan so präsent, weil es einfach so einfach ist, um den Zustand wieder neu zu wählen und sofort wieder in das Erinnern zu gehen, wer wir sind. Und dieses Ich bin kannst du jeden Tag neu entscheiden. Ich bin Liebe und ich liebe. Ich bin Frieden und ich verströme Frieden. Und dieses Bewusstseinsfeld der Friedenssäulen, die den Frieden in der Welt wirklich manifestieren und erschaffen, dieses Bewusstseinsfeld, diese Kettenreaktion des Friedens, möchte ich jetzt gerne mit allen Lebenverbundenen initiieren. Om Mesonadi Om Solaya Om Mayuna Om Mesonadi Om Solaya Om Mayuna Ich wünsche dir einen Tag voller Frieden und wenn du diesen Tagesimpuls teilst, dann freue ich mich von ganz am Herzen. Bis morgen. Om Mesonadi Wenn du mehr über die wundervollen und nahezu unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten der 12 Sieger erfahren möchtest, findest du unter diesem Video in der Infobox alle Informationen zu Britas Fernkurs, die 12 Siegel des Metatron. Werde heiler mit kleinem oder großem H. Erlerne in Britas Fernkurs, wie du die Siegel bei dir selbst und auch bei anderen anwenden kannst. Du erhältst ausführliches Hintergrundwissen und die gechannelte Bedeutung eines jeden einzelnen Siegels. Abonniere jetzt kostenlos und unverbindlich mit nur einem Klick auf Britas Bild den Kanal, denn dann bekommst du automatisch eine Benachrichtigung, wenn Britta neue Videos veröffentlicht. Klicke rechts, wenn du Britas Gratiskurs, warum die Dinge so sind, wie sie sind, kostenlos und unverbindlich anschauen möchtest. Ich wünsche dir nun einen wundervollen, inspirierten Tag. auf jeden Fall. Untertitelung des ZDF, 2020